moin hier ist heini jetzt geht dann weiter mit euro truck simulator 2 und der jung ist müde der wo wir erstmal schlafen schicken so ja nächste pause eine halbe stunde ja der soll erst mal hier im kopfdicht machen und schlafen jetzt muss ich erst mal gucken wo ich den noch mal hierhin pflanzen kann hier kann er nicht so wie platz und kann er nicht schlafen den bringen auf jeden fall erst mal company irgendwo hin wo er schlafen kann ich muss mal gucken da so eine werkstatt aber gucken ich weiß es noch nicht weiß ich bin auch so unentschlossen ich weg dann noch nicht so ja es geht auch geblinkt was hier kann ich hier und ne kreiselverkehr beginnt gesehen wo muss ich hin wo muss ich wo muss ich immer ich weiß nicht wo ich hin muss eben ich gucke auf die karte und nie das falsche das falsche das falsche blinken nicht im kreisverkehr ich fahr so lange im kreis bis ich jemand habe das tut mir leid wo fahr ich dann raus hier auf zu gehen da bin ich schon mal sehr exakt die doch schon schlapp platz dann geht aber nicht so schnell die muss erstmal gucken da ist der werkstatt hoffentlich kann ich die da eben hinlegen und dann wollen wir doch mal hoffen ne ups fast wieder platt das ging ja fast wieder nach hinten los harry die die grüße toll noch nicht mal rüber geschafft was also die pyramiden nie doch nicht rechts mal nicht so dann gucken wir noch ein bisschen um hier ne fein mhm die sieht sehr schön aus gut das ist auch fein das ist auch fein ich muss mal gucken ob ich da überhaupt da wo die werkstatt überhaupt händen kann will ich mal hoffen ne irgendwo muss er doch eben so eine ruhig dazu machen man muss hier diese pflichtstunden machen kann man auch ständig weiß aber ja auf zu gehen noch einmal dann musst du leider ohne zähne weiterfahren jung so jetzt wollen wir mal gucken hier ist irgendwo rechts werkstatt vielleicht kann er da schlafen weil ich sehe kein schlaf symbol auf dem auf mein hier sofa hier auf dann bestimmt nicht ne da ohne da ohne toll wo kann ich denn schlafen den auto will ich nicht aufrüsten das gibt es doch gar nicht wo kann ich denn schlafen oh schnell das schaffe ich nicht ach man jetzt bin ich aber obwohl die ein fragezeichner ist ja ein händler ist klar das interessiert mich aber momentan auch noch nicht ne weil das grüne ist arbeitsamt oder ist das ein hotel ok dann fahr ich jetzt weil wenn ihr nicht fahren wollt dann fahr ich sehe zu dass du da wegkommst ach auf einmal mit zu fahren soo mal gucken vielleicht kriege ich das ja hin dass ich da hinten dass es doch etwas zum schlafen gibt rot 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 die heute auch nicht richtig weil Süßstoff drin ist ich hab keinen Zucker mehr gehabt so der Dreck voyyect was blicken vergessen wo schlaube ich denn Geneva So, wir wollen doch mal gucken. Nicht, wo ich irgendwo hier schlafen kann. Das gibt es auch gar nicht. Kreisel fahren wir gleich geradeaus. Also die zweite Ausfahrt ist das denn. Auf zu blinken, mein Freund. Ansonsten muss ich dir die Blinker eben ausstellen. Dann brauchst du nie wieder blinken. Hat auch einen Vorteil. So, hier fahren wir nicht. Raus. Hier fahren wir raus. Chibi! Zack! Lapp doch. Da hinten ist das Rote. Das ist auch ein Hotel, oder nicht? Irgendwann, da wird ein Schlopp-Stuf. Ich meine, da kannst du schlappen. Ne, das ist... Ganz toll. Rote ist ja auch irgendwie so scheiße. Warte mal ganz kurz. Ich weiß gleich, wo ich hin muss. So, warte mal hier. Aldi mag die doch nicht. So ein Zeichen hat er auch. So, ich geh mal hier rechts rein. Vielleicht kann ich hier schloppen. Ich kann doch nicht bis zur nächsten Tankstelle fahren. Aber notfalls... Was ist hier? Bank, oder was? Ne. Meine Garage kann ich kaufen. Ich will keine Garage kaufen. Hier. Auch nicht. Ach, du dickes Ei. Garage. Ja, es sagt toll. 180.000 musst du auch jetzt mal haben. Mein Freund, die habe ich einfach nicht. Ja. Mach du das mal eben. Ich fahre jetzt um. Ich glaube, irgendwie... Oh, scheiße. Was schalte ich denn mocken, wenn ich hier mühe bin? So schalte ich gar nicht gucken, was auf dem Schein draufsteht. Da auf dem Zettel. Kommt da was? Ne, da schalte ich. Ich muss warten. Ist das hier gesperrt? Ne, dann gehe ich hier rein. So, wenn der gleiche Händler kommt. Wenn der gleiche Händler kommt. Bin ja auch schon gleich wieder zu Hause da hinten rechts. Naja. Warte, Werkstatt. Äh, Unfallgefahr, oder was ist das? Warum fährst du nicht? Warum blockierst du die ganze Straße, du Lümmel? Achso, weil Auto ankommt. Entschuldigung. Was, da ist ein Radfahrer! Da ist ein Radfahrer! Hab ich das gesehen? Ich glaube, ich habe noch nie einen Radfahrer hier gesehen. Ey, wo kommst du denn weg? Ach, wie... Den muss ich verfolgen, ey. Den klaue ich dann rein erst mal. Da will ich auch mit rumfahren. Ein Radfahrer. Hab ich schon mal einen Radfahrer gesehen? Nö. Das ist aber jetzt ja ein... Was willst du da? Was will er denn? Was macht er denn? Das Auto da vorne. Der macht einen Kopfschau. Och, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Ne, das wird nichts, ey. Das sehe ich schon kommen. Egal. Keine Lust, hier neu anzufangen. Was hat das denn? Da passiert ein Fehler? Das ist ja was ganz Neues. Das ist ja was komplett Neues. So, dann bin ich hier im Hafen. Wo ist der Fahrradfahrer geblieben? Komm her! Du, sag mal, wo... Oh, ist das cool hier, ne? Wo kann ich schloppen? Guck euch das an. Hier, da ist er. Wie geil ist das denn, ey? Ah, herrliche. Hallo! Wieso ist er aus dem Auto ausgegangen? Sprit weg, oder was? Jetzt macht er sogar Platz für mich. Fein! Fahr fein! Fahr immer vorsichtig, ne? Und setz den Helm auf. Nicht, dass du da irgendwie ein Kopien kriegst oder so. Dass du hinfallend da bist. Das kann ganz schnell passieren. Ja, sie wären die Parkmöglichkeit. Da hätten sie auch ein bisschen mehr drauf parken können. Wo soll ich parken? Oder Aldi mag? Im Schaufelzer Scheibe, oder was? Ich finde ja nichts zum Parken. Ihr seid ja niedlich, ey. Weder so ein Symbol noch so ein, keine Ahnung was, ey. So ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein. So. Dann mache ich das ganz anders jetzt. Ich hole mir so ein Transport-Scheiß-Ding da. Und fahre eine Tour. So, dann nehme ich noch einen Schluck-Tater. Das ist nämlich wichtig. Park geradeaus, nein. Ich biege rechts ab. Hier da vorne links, äh, rechts man hier geradeaus. Aber Bergschuh und so Italien sieht auch schön aus, alles, ne? Ne, da will ich reinfahren. Ich wollte gerade sagen, hier muss ich reinfahren. Ja, dann muss ich, nützt ja nichts. Dann haue ich da jetzt so ein Ding ran. Wieso geht der mal aus? Bist du besoffen oder was? Er hat gestern irgendwas genommen? Gibt's aber auch nicht, ey. Okay, Eingabe. Dann wollen wir mal gucken, wohin wir fahren können. Das geht ja nicht anders. Casablanca, Casabla... Ja, da fahren wir jetzt hin. Scheißegal, wie das schaffen. Aber siehst du, das geht ja. Marokko. Geht, da fahren wir jetzt hin. Auftrag annehmen. Ganz knallhart. Darf ich das überhaupt? Der Auflieger steht bereit. Fahrer zum Verladenbereich. Fahrer auch zu dir auf der Karte. Angezeichnet grüne Flagge. Zum Verladenbereich. Was will er denn haben, ey? Streichhölzer. Ja, er ist müde, er ist müde. Ja, was soll ich denn machen, Mann, Junge? Du hast gut reden, ey. So, an T. So, fast perfekt. Grüne Flagge. Einheitspol... Ey, 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 ey. Grüne Flagge. Was soll denn grüne Flagge? Bisch, bischoffen. Egal, jetzt fahren wir. Aber wir fahren sowas von. Bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Richtung Marokko. Drücken sie hinein. Nein, 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 nein. Sehe zu, dass du da wegkommst. Wir müssen hier weiter. Wir fahren jetzt nach links. Kommt Fahrradfahrer. Es ist immer wichtig, dass ein Fahrradfahrer kommt. Wir fahren jetzt nach Marokko. Mit dem Finger am Po. Da bin ich mal gespannt, wie die Wüste da ist, ne? Jetzt müssen wir gleich wieder links. Da kann ich schon mal links einordnen. Und sieh uns wichtig. Ist grün. Das ist auch schon mal ganz wichtig. Warum, wenn ich hier links fahren darf, warum, warum fährt da ein Auto über die Kreuzung? Hast du Drohungen genommen oder was? Schnüffelst du irgendwie heimlich? Uhu. Wah? Fein hier, ne? Moin, ganz moin, süchte Dude. Gefallen mir. Ob, da waren unsichtbare Bäume. Ja, auf zu... Ja, was soll ich denn machen, ey, Kindi? Ah, hier ist ja eine Burg. Da kann ich bestimmt pennen. So, ich muss geradeaus fahren. Kreisverkehr. Was, 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 was? Da, 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 da. Der Fiat Punto ist, da hab ich auch schon mal gefahren. Da war ich nur jung und dynamisch. Was, was, was? Das gibt's ja nicht. Das gibt's echt nicht, ey. Oh, jetzt haben wir auch mal eine riesige Strecke, sag ich euch, in Marokko. Casablanca. Wo will der Nummer hin? Nein, doch. So, da müssen wir rechts abbiegen. Wir fahren nach Casablanca. War doch Casablanca. Hier ist rot. Und du, hör auf, zu schnell zu bremsen hier. So. Ich drück' nochmal F6. So, Auftrag Casablanca. Sag ich doch. Stokes. Casablanca. 99 Stunden. 99 Stunden. Harry, hast du seit 99? 99 Stunden, hey, dat. Oh, Plattdeutsch. 99 Stunden. Und ich, ach hier. Was, 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 was? Ach, der Vogel ist doch vor mir da, oder was? Nein, hau ab da. Ne, ich, 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 weg da, weg da, weg da, weg da. Ich wollte nur 1F. Wer bist besoffen? Ja, was willst du, was parkst du auch unter mein Auto, ey? Kannst du jetzt, was, was, warum gehst du nicht weg? Was soll ich machen? Seht's, dass du wegkommst? Pannendienst oder was? F7. Mal gucken, was ich mache. So, Schaden, Schaden. Abstabdienst rufen. Eingabe. Abwürdig kann dich, äh, 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 äh. Na, hallo, nö, 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 nö. Was soll ich, nur weil der Vogel da ist? Sollen wir machen das so? Fährt er jetzt gleich weiter, wenn es grün ist? Ansonsten fahre ich nämlich weiter. Das ist mir egal, mein Freund. Ich zäh 3, 2, 1, weg. Das tut mir leid. W-w-w-was soll ich denn machen, Junge? Hier, du mit deinem scheiß Auto da, ey. Hab ich doch gesagt, ey. So ein Rotz. Da stehst du blöd rum, ne? Ja, jetzt fährst du weiter. Schisser, ey. Ich glaub, also, manch mal, du, manch, also. Ach, was soll ich morgen? Was soll ich morgen? Ich weg dann einfach nicht mehr. Ich weg nicht mehr wieder, was ich morgen soll. So. Sie werden müde. Ja, ich werde müde. Nein, nur nicht. Mach die Augen auf. Ich finde keinen Parkplatz. Ey, sag mal, bin ich jetzt blöd? Wo ist denn hier ein Parkplatz? Kein Zeichen, kein gar nichts, ey. Oh, keine Tankstelle. Scheiß. Jetzt geht's los. Hier ist was Grünes. Da packe ich gleich irgendwie mit dem Zelt auspacken. Montecarlo. Da fahren wir am Ende. Montecarlo. Haben sie sehr schön gemappt, die Map, muss ich sagen. Gefällt mir. Dann fahren wir jetzt in Marokko. Das ist doch mal was Schönes. Und was sind das für schöne Figuren da vor uns? Ich meine Gebäuden. Figuren, ey. Ich glaube auch manchmal, ein Dünnschiss, ne. So ein Sauerkraut zusammen. Ich glaube, wir kennen die Sau. Sehr schöne Gebäude sind das, ey. Fein. Guck mal da an, ne. Oh, man muss aber Gas geben hier, wie du auf Autobahn auf willst, du. Ach, hier hast du es. Sie werden müde. Ja, macht die Augen zu. So sehe ich immer, wenn ich besoffen bin. Juppie. Ja, dann muss ich mal gucken, ob ich da jetzt irgendwas gleich sehe. So, wir sind auf dem Weg nach Marokko. Da bringen wir unser Haifisch hin. Was haben wir eigentlich geladen? Sand. Sand mit Marokko. Die haben da sieben Milliarden Liter Sand. Und die wollen Sand von mir haben, ey. Die haben auch, die haben auch eine Böne. Nein. Aber ich bringe euch Sand. Ihr sollt euer Sand kriegen. Ist ja nicht so, ne. Und ich werde als nächstes... Hier hat es geblitzt, aber hinter mir. Ich werde als nächstes... Was ist da los? Ähm, Tankstelle suchen, schlafen. Aber dann werden wir auch in einem anderen Video alles zeigen. Weil ich ab hierhin dann weiterfahren werde, ja. Also, ich sage euch, wenn euch das gefallen hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und... Wenn ihr einen Kommentar da lassen würdet, würde mich auch sehr freuen, dass ihr mal was sagt. Heini, du bist Leif, ne. Irgendwas Feines mal. Nicht immer so, nicht immer Nagenschläge. Das tut weh. Das kriege ich immer von Angie. Angie ruft jeden Morgen an und sagt, Heini, du Lomb. Du kannst nix. Dann sage ich, Angie, du auch nicht. Also, in diesem Sinne, ab und die Rinne. Bis dann. Oh, bis dann. Wieso heizt ihr denn so schnell? Ich dachte, ihr habt Sand geladen. Was, 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 was heizt ihr denn so schnell? So, wo wir eine Rindbahn oder Bad. Also, in diesem Sinne, ab und die Rinne. Bis dann. Tschüss. Bin ich richtig hier, jo.